Ich hab'n Kamelsfuß. Ein was? Ein Kamelfuß? Jawohl. Von mir kann man Lippen lesen. Das sieht aus, als hätte ich nen Cheeseburger da drin. Hahaha, danke dir. Immer wieder schön, wenn's im deutschen Trash-TV mal wieder ein Wissensquiz gibt. Ja, Anderes, was für Frauen? Jungfrau. Okay. Kim Virginia mag Jungfrau im Namen tragen, doch die folgende Antwort lässt das Gegenteil erahnen. Wofür steht die Abkürzung LARP? LARP. So, jetzt bin ich gespannt, wie du das erklärst. Ja, ich würd' mal sagen Long Ass Riesenpenis. Okay. Long Ass Riesenpenis. Sie ist lieb, aber nicht die hellste Gruppe. Welches ist das grösste Landsäugetier der Steinzeit? Na komm, lass uns wissen, was es ist. Dinosaurier? Das schaff ich falsch. Währenddessen brilliert Daniela Katzenberger mit ihrer Grammatik. Im besten Fall fühl ich mich dann sicherer, besserer, besserer. Ich fühl mich besserer. Das schaff ich falsch. Jeder weiß doch, dass Väter Emma aber wirklich Emma ins Klo pinkeln. Manchmal macht er ins Waschbecken. Das war total peinlich. Ich hab gedacht, ich werd nicht mehr. Nee. Er macht wirklich manchmal ins Waschbecken. Aufhören! Aber in sein eigenes. Nee, nein. In mein eigenes würde ich das nie machen. Das ist ein Schwein. 辦haarbein. prodigier 訂 развon und ID